5, 4, 3, 2, 1, komm, komm, es darf was neues drin sein, lol, Omen, oh mein Gott, ich glaubte, ich hab nämlich heute, äh, Dingsmittag rette die weg gespielt und da kam so ein ähnlicher Skin in der Mission vor, lol, Schlacht, wie heißt der, ach, Omen, genau, hier, das Ding halt, ist einfach nur Schlachtenschleier, noch ein Cape, Leute, als Rucksack, wir haben jetzt zwei Capes vom Blockbuster hier, das Cape, mit dem Rucksack sogar hinten dran, aber hier haben wir jetzt ein richtiges Cape, Leute, 2000 V-Bucks, Legendary Skin, Alter, nein, oh mein Gott, wie das aussieht, Leute, Orakelhacke, Leute, so, jetzt haben wir hier wieder den Spitzen, was, lol, ja, aktualisiert, ah, ja, na, ok, auf jeden Fall, Leute, hier haben wir den Omen, Legendary Skin, sieht übelst krass aus, mal richtiger Superheld hier, Mensch, ich glaub, der hat sogar dieses Symbol da, auf seiner Brust von diesem Hintergrund, hier, Dings, also, mit dem Grund mach ich natürlich, Banner-Symbol, und zwar das hier, auf jeden Fall haben wir da noch die Orakelhacke, komm, Orakelhacke, für 1500 V-Bucks, äh, Spitzenhanker, Spitz, Spitzhanker, okay, ja, Spitzhanker, oh, den hab ich auch noch nicht gesehen bis jetzt, Zepir, okay, Hänggleit für 800 V-Bucks, auf jeden Fall, ja, ist, haut mich jetzt wieder um, ist auf jeden Fall, ich, ja, das ist auf jeden Fall viel zu teuer für 800 V-Bucks, 500 V-Bucks wären schon zu teuer, aber 800 V-Bucks, das ist schon wieder, Trooper, hey, der ist doch, das ist doch genau das gleiche wie, wie der, so, der, hier, Dings, totalen Nullpunkt, ja, auf jeden Fall, für 800 V-Bucks, ne, danke, Erstflag-Profi, ist auf jeden Fall so ein Skin, sieht man auch nicht so oft im Game, war jetzt kein, nicht wenig im Shop, war schon ein bisschen öfters im Shop, 1200 V-Bucks, hier auf jeden Fall klar, und warum Sexy Schräglage aktualisiert, ich sehe hier eigentlich nichts aktualisiertes, ja, auf jeden Fall, Sexy Schräglage hier, man kennt ihn, für 500 V-Bucks, und Jubelstimmung, da sieht man's, da ist Dings, glaube ich, der Munds aktualisiert worden, ich weiß nicht, ob der, der davor diese Remaster geschnitten hat, auf jeden Fall 200 V-Bucks, Leute, ja, das ist auf jeden Fall immer noch im Mode, der bleibt, ja, das war's hier vom Daily Shop eigentlich schon, ich mein, neuer Skin oben, ja, also, der ist jetzt, ich find den schon ein bisschen langweilig, muss ich sagen, für 2000 V-Bucks, also der hat, der ist schlicht und schön, aber er ist ein bisschen langweilig, also hat nicht zu viel, finde ich, Orakelhack sieht auf jeden Fall mal ganz anders aus, also, ja, auf jeden Fall, das war's hier, vom Daily Shop, Leute, macht's gut, bleibt zwei Tage, ja, der Omen bleibt zwei Tage drin, wie ein Skin, und morgen kommt, wie neuer Skin, und morgen kommt schon wieder der neue Shop, macht's gut.